Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video Es heißt Eigenschaften des Wassers Du kennst bereits die Zusammensetzung des Wassermoleküls und seine Herstellung aus den Elementen. Nachher kannst du wichtige Eigenschaften des Wassers nennen und seine Bedeutung erläutern. Der Film ist in drei Abschnitte unterteilt. Erstens die Eigenschaften, zweitens die Bedeutung und drittens eine Übersicht. Wasser verfügt über eine Reihe erstaunlicher Eigenschaften. Es ist farblos, geruchlos und hat einen angenehmen frischen Geschmack. Seine Dichte ist 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Es ist eine Flüssigkeit. Sie schmilzt bei 0 Grad Celsius und siedet bei 100 Grad Celsius. Wasser ist chemisch recht stabil. Für viele Stoffe ist es ein gutes Lösungsmittel. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität, das heißt es ist ein guter Wärmespeicher. Sauberes Wasser hat nur eine geringe elektrische Leitfähigkeit. Zweitens die Bedeutung Aus den guten Gebrauchseigenschaften des Wassers ergibt sich seine Bedeutung. Wasser schmilzt bei 0 Grad Celsius und siedet bei 100 Grad Celsius. Das bedeutet, dass es bei Raumtemperatur flüssig ist. Wasser kann verdunsten und es bilden sich Wolken. Die Wolken wandern und es regnet. So wird das Wasser auf der ganzen Erde verteilt. Wasser treffen wir als Eis am Nordpol an und in noch größerer Menge am Südpol. Die Eismassen bilden Lebensraum für Eisbären und für Pinguine. Die Weltmeere enthalten riesige Wassermengen. Dort leben viele Tiere und sie sind Lebensraum für Wasserpflanzen. Als Flüssigkeit in großer Menge ist das Wasser in den Flüssen ein gutes Transportmittel. Auch heute wird das Flössen von Holz noch praktiziert. Und auch die Schifffahrt wird so ermöglicht. Wasser hat eine ausreichend große Dichte. Daher ist es ein Energieüberträger. Ohne Wasser können die Wasserkraftwerke nicht funktionieren. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität. Das bedeutet, Wasser kann viel Wärme speichern und abgeben. London liegt direkt am Meer. Dadurch wird im Sommer Wärme gespeichert, welche im Winter abgegeben wird. London hat daher ein mildes Klima. Die hohe Wärmekapazität nutzt man auch zum Abschrecken von Eiern. Und auch zum Härten von Stahl. Wasser ist ein gutes Lösungsmittel für viele Stoffe. Es löst Zucker und Salze. Und auch für bestimmte Chemikalien wie Chlorwasserstoff und Ammoniak ist Wasser ein gutes Lösungsmittel. Alle Getränke enthalten Wasser. Wasser ist wichtig für das Leben und die Ernährung. Ohne Wasser ist Leben nicht denkbar. Was kann man über die elektrische Leitfähigkeit des Wassers sagen? Reines Wasser ist ein schlechter elektrischer Leiter. Natürliches Wasser enthält meist Inhaltsstoffe, zum Beispiel Salze. Dadurch wird seine elektrische Leitfähigkeit stark erhöht. Steht solches Wasser unter Strom, bedeutet das immer Lebensgefahr. Wasser ist chemisch beständig. Es ist flüssig. Die Dichte ist 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität. Für viele Stoffe ist es ein gutes Lösungsmittel. Wasser ist ein hervorragendes Transportmittel für Holz. Ohne Wasser wäre die Schifffahrt undenkbar. Als Flüssigkeit mit ausreichend hoher Dichte ist es ein guter Energieüberträger. Als Lösungsmittel ist Wasser für den Nährstofftransport ausgezeichnet geeignet. Wir haben in Beispielen gesehen, dass Wasser die Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen ist. Durch die hohe Wärmekapazität ist Wasser ein guter Wärmespeicher. Es ist ein Wärmeüberträger und damit auch ein Klimaregler. Wir haben Beispiele gesehen, wo Wasser als Kühlmittel eingesetzt wurde. Und es gibt noch weitere Anwendungen. Im Film und außerhalb des Filmes. Findet sie selber. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss.